Ja, schön, oder? Ja. Wir sind Emma und Ida. Das könnt ihr hier noch vorstellen. Und heute basteln wir einen Steckhirsch. Ja, gefällt mir. Ich male den Schlitten jetzt braun, okay? Okay. Zuerst wird alles ausgemalt. Da nehme ich jetzt mal blau. Ich bin immer noch bei einem Kopf. Wenn ich blau auf rosa mache, wird das lila. Jetzt alles auf Pappe kleben. Unser Weihnachtsfisch lebt eigentlich im Wald. Denn er liebt Bäume. Besonders geschmückte Tannenbäume. Er selbst ist auch ein ganz schmuckes Kerlchen. Glänzt in den buntesten Farben. Nun alles zusammenstecken. Er hat auch einen Schlitten. Der ist schön geworden. Ich würde ihn so lassen, wie er ist. Was da wohl drauf sein wird? So, ein bisschen Schnee. Wauw. Ah! Wauw. Wauw! Wauw. Wauw! Wauw! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und Bastelideen zum Selbermachen Oder gestalte Steckfiguren im Onlinespiel auf kikanindien.de Eine Miene Buh und dran bist du!